Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie sind gut in 2015 gelandet. Wir vom Berlin Fernsehen wünschen Ihnen ein gutes und vor allen Dingen gesundes neues Jahr. Und ja, bleiben Sie auch weiterhin unserem Programm treu, berlinfernsehen.de. Wir werden jetzt im kommenden Jahr unsere Aktivitäten hier in Berlin, gerade in den Kiezen, verstärken. Und wenn Sie ein Anliegen haben, dann schreiben Sie uns ganz einfach an mail at berlinfernsehen.tv mail at berlinfernsehen.tv oder rufen Sie uns ganz einfach an unter Berlin 55 66 97 44 Berlin 55 66 97 44 Wie gesagt, wenn Sie irgendwelche Anliegen haben, kein Problem. Rufen Sie uns ganz einfach an, unterschreiben Sie uns und ja, dann kommen wir mit unserem Fernsehteam bei Ihnen vorbei. Also, wir wünschen Ihnen alles Gute für 2015 und ja, freuen uns auf Begegnungen, die wir in diesem Jahr mit Ihnen alle haben werden.